Ja, die Wildwasser von Meier-Steiger ist wieder auf der Wiesn. Was macht man hier eigentlich so? Was erlebt man hier? Auf jeden Fall erlebt man hier fünf Minuten absoluten Familienspaß. Man wird hochgezogen bis auf 21 Meter und dann sehen wir es ja hier im Endfinale abgelassen und hat natürlich immer ein paar Wasserspritzer und das Schönste ist natürlich immer das Jauchzen der Besucher. Wir brauchen 600.000 Liter Wasser in der Einmalbefüllung und bei dem guten Wetter müssen wir natürlich hin und wieder auch was nachfüllen. Die Anlage hat 520 Meter Fahrstrecke und dehnt sich dann eben auf viereinhalb Minuten Fahrspaß aus. Die Anlage Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020